Zombie-Pilze. Habt ihr schon mal von dem Pilz gehört, der die Kontrolle über das Bewusstsein von Ameisen übernehmen kann und die dann steuert? Ja, den gibt es in Südamerika, aber hier gibt es die ganz enge Verwandtschaft. Hier haben wir jetzt die Raupenkernkeule gefunden und dieser Pilz, der befällt Schmetterlingsraupen und der tötet sie. Die Schmetterlingsraup ist jetzt hier unter der Erde vergraben und daraus wächst dann dieser Pilz. Eine ganz, ganz spannende Art und man sieht sie wirklich nur mit viel Glück. Die Art hier ist zwei Zentimeter hoch, dieser Pilz. Also wirklich winzig klein, aber wir haben ihn gefunden. Also ganz, ganz schön hier.